Ja Leute, willkommen zu einem erneuten... Hier haben wir den Classic Low Profile CPU Cooler von... ...Therm, Vanilla White. Genau, Low Profile CPU Cooler, das ist ein sehr kleiner. So, mit der Größe. So, ein bisschen auf, ein bisschen. Fälscht. Ja, das war die falsche Öffnung, das haben wir da. So, Schachtdorf, Betriebsanleitung. Ja, hier sehen wir gleich die passenden Dinger. Für Intel 1200a, Intel 1700a AM4, AMD AM4, AMD AM4, das heißt es wird auch für AMD AM5 passen. Das ist wahrscheinlich, denke ich mal, das haben wir jetzt nicht. Naja, am 54 sind die gleichen Bisse gewesen. Ja. So, eine Platte zum Festmachen, fokussieren, am 4. Ich habe jetzt sogar ein bisschen mehr ausgemacht als die anderen, fällt mir gerade so auf. Abdeckung. Der eigentliche Kühler und Werkzeug. Den Kühler machen wir mal raus. Wann, please. Pill off the level before you use it. Ja, das ist natürlich auch nicht jedem klar. Das Ganze hier muss man dann abziehen, bevor man die Merle-Paste drauf macht und das Ganze umbaut. Ja, aktuell ist hier das Intel. Die Intel 1,7-Ampel-Festigung festgemacht. Kurz zu wissen. Hier der Kippen-Eingang. Also Kippen wird das Ganze dann strumpelt. So. Hier ist dann noch das A&D. Also das A&D. Jetzt. Und der Kasse ist auch dabei. Von dein Nagel-Tone. Ja. So. Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und tschüss. modules. Aus쪽에.